So, willkommen in meiner kleinen scheiß Drecksküche. Hey, Moment mal, ich wohne hier ja gar nicht mehr. So, willkommen in meiner neuen kleinen scheiß Drecksküche. Ich habe jetzt seit zwei Wochen keine Videos hochgeladen, was einerseits daran lag, dass ich umgezogen bin. Ich glaube, damit hat jetzt wirklich keiner gerechnet. Andererseits war ich im Urlaub. Hier ein paar Eindrücke meiner letzten zwei Wochen. Ich bin ganz ehrlich, der Urlaub auf Lanzarote hat aus mir einen neuen Menschen gemacht. Deshalb würde ich für den Rest des Videos gerne Spanisch sprechen. Soy estupida, jaja. Niemand weiß, was das bedeutet. Ich auch nicht. Jedenfalls mache ich heute Cannelloni. Dafür brauchen wir Cannelloni. Gott, die sind kaputt. Als erstes muss man eine Zwiebel, Knoblauch und die Nase von Arctus klein schneiden. Kommentiert mal ein Karotten-Emoji, wenn ihr TabalugaTV noch kennt. Anbraten. Jetzt sollen wir das mit etwas Agavendicksaft karamellisieren. Jetzt kommen da so stückige Tomaten rein. So stelle ich mir eine Geburt vor. Jetzt muss man das noch würzen. Dafür nehme ich Gewürze. Während die eine Pampe jetzt köchelt, kümmere ich mich um eine neue Pampe. Dafür brauchen wir über Nacht aufgeweichte Cashews. Ja gut, das ist jetzt eine Nussmischung, aber da sind auch Cashews drin. Deswegen zählt das. Zitrone. Knoblauch. Efeflocken. Wasser. Und wenn das dann aussieht wie erbrochene Hirnmasse, gebt ihr noch Spinat dazu. Und das dann in die Kallelonis quetschen. Ja, an dieser Stelle dachte mein Gehirn tatsächlich, dass die Nudeln Kalleloni anstatt Kanneloni heißen. In die Auflaufform kommt jetzt das, was ich vorher in der Pfanne zusammengematscht hab. Da lege ich jetzt vorsichtig die gefüllten Kannelonis rein. Das schmeiße ich jetzt in den Ofen. Wenn eure Küche danach aussieht wie meine, dann sucht ihr euch eine neue Wohnung. Okay, Geschmackstest. Wie schmeckt's dir? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.